Wir Kärntner-Stämmer auf dem Kärntner-Reinling und den essen wir eigentlich immer. Beim Kärntner-Reinling brauchen wir einen halben Kilo Mehl. Das geben wir in eine Schüssel und machen eine Mulde. Da bröseln wir dann einen halben Würfel Gärm hinein. Einen Löffel Staubzucker drüber. Und ein bisschen lauwarme Milch. Das verrühren wir dann ein bisschen. Das ist das Dampfel. Das decken wir jetzt ab und lassen das ein bisschen rasten. Jetzt schauen wir mal nach. Da ist das Dampfel schön aufgegangen. Jetzt geben wir die restlichen Zutaten dazu. Das ist einmal ein Ei. 60 Gramm. Statt Zucker. Ganz wichtig für den Gärmteig ist auch Salz. Einen Teelöffel kommt da rein. Bisschen Rhum. Bisschen Zitronenschale. Lauwarme Milch. Viertel Liter. Und ungefähr 80 Gramm zerlassene Butter. Das verrühren wir jetzt mit dem Kochlöffel. Da müssen wir das ein bisschen schlagen, dass das ein schöner Klumpen wird. Wenn der Teig schön verknetet ist. Dann lassen wir ihn circa eine Dreiviertelstunde rasten, bis er ungefähr die doppelte Größe hat. Bevor wir den ausrollen, werden wir noch mit zerlassener Butter eine Gugelhubform aussprechen. Das machen wir deshalb, dass er nicht anklebt. So, das ist jetzt ausgestrichen. Stell ich auf die Seite. Dann knete ich jetzt noch einmal mit ein bisschen Mehl. Die Teig soll schön weich sein. Und geschmeidig. Dann können wir ihn ausrollen. Am besten ist es rechteckig. Da kann man es so x-fermig rollen. Jetzt haben wir ihn schön dünn ausgerollt. So ungefähr zwischen halben Zentimeter, Zentimeter dick. Da kommt jetzt zerlassene Butter drauf. Das ist für ein Reinlingen ungefähr 50 Gramm. Je nach Geschmack, dann kommt der Zimt. Auch nach Geschmack. Zucker. Und Rosinen. So, jetzt mal einrollen. Das kann man schön festziehen, damit die Fülle haltet. Dann wird jetzt circa 50 Minuten gebacken. Ein Tipp von mir ist, den Reinlingen beim Backen mit Backpapier abzudecken. Abzudecken, etwas zum Beschwerden und drüber zu legen, damit die Unterseite des Reinlings nicht zu dunkel wird. Gutes Gelingen.